Hallo, wie geht's? Meine Lieblingsstier, ich heiße Annelies, ich bin 14 Jahre alt und ich wohne in Pitecht. Ich gehe in die 7. Klasse und ich habe keine Geschwister. Meine Hobbys sind Klavier spielen, singen, Gesang spielen und Lieder komponieren. Ich liebe die Tiere. Meine Lieblingsstier ist der Hund. Mein Hund heisst Puffy, ist zwei Jahre alt. Er hat Locking, Grünfall, Fell, blaue Augen, Seinfone und einen Kragen mit seinen Arzenfeind. Puffy ist mütig, wer spielt, will leben, glücklich, er mag jetzt essen, also spiele ich mit, ich, ich und wir stehen sehr nahe. Ich liebe Puffyzer.